Was ist das Tolle am Straßenlauf? Klar, es ist die Atmosphäre, es ist das Drumherum, man läuft nicht im Kreis, es sind die Zuschauer, die Fans, die an der Strecke stehen, die hautnah wirklich mit dabei sind. Aber der Straßenlauf ist nochmal spezieller dahingehend, weil halt wirklich der Zuschauer hautnah dabei ist. Klar, das Gänsehautfaktor und ist auch sehr emotional und vor allen Dingen, wenn man dann auch wo läuft, wo man herkommt, da hat man nochmal auch einen ganz anderen Bezug dazu. Das finde ich, das ist schon, das macht viel aus, ein Heimatrennen als jetzt in der Ferne. Untertitelung des ZDF, 2020